Wir antworten auf Gottes Wort, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Musik Musik Amen. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Wörfe mich zum Notenlangen, wenn dein Sonntag auf mich fällt. Wie bin ich, wie verstanden, was mir hier vorgestellt. Höre um im Herzen ein, lass es mir so gut hinein. Wie bin ich, wie bin ich, wie bin ich, und weil die Leer verhält. Wie ist aus deinen Hand am Stern, wenn der kundes Lebens dreht. Schreize mich mit Himmelsbrot, grüße mich in meiner Mut.